Mein Moin, meine Freunde der Simuliert-Meinwirtschaft. Mein Name ist Christen, ich präsentiere für unseren YouTube-Kanal Modbox den Lizard Pickup UAL F75 vor. Dieser Pickup wird zur Verfügung gestellt von Perin Moddings Angero. Ich hoffe, ich habe es wieder ausgesprochen. Und der und die Modder schreiben in der Mod-Beschreibung, dass dieses Fahrzeug für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch für unsere Freunde Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können es den Modder herunterladen und nutzen. Wenn euch unsere Mod-Forschung gefallen hat, geht dann nach oben. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert euch keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Wenn euch für die Kaufbahn Inhalte interessiert, schaut mal unter dem Video. Da habt ihr alle Links dazu, wenn die Nutzer-Unterstützer-Manus-Unentwickler. Und das wiederum wäre natürlich sehr, sehr cool. Kommen wir zu dem Mod. Es ist ein kleines Mod-Paket. Ich demonstriere das mal kurz. Da seht ihr schon, ihr habt quasi ein britischen Fahrzeug. Ein britischen Fahrzeug hat dann mehrere Möglichkeiten. Einmal hier, daraus könnt ihr neben diesem Schüttgut oder Palettentransport, könnt ihr da auch noch einen Käfig draufsetzen für den Tiertransport. Also für ein, zwei Tiere. Und hier haben wir die Möglichkeit, Fahrrad zu transportieren. Und das hier ist das Hauptelement des Fahrzeugs. Damit fahrt ihr aber drunter. Ihr erkennt den. Zack, setzt sich drauf. Und schon könnt ihr quasi losfahren. Ihr seht hinten ist was drin. Das ist nur aus dekorativen Zwecken. Ihr könnt das auch noch mehr generieren. Das hat nur dekorative Zwecke. Ihr könnt trotzdem was dazu laden. weil ihr seht ja bei 0% ist ja aktuell das Ladevolumen. Also ihr seht Spannengut ist auch verbaut. Ihr könnt auch die Türen öffnen. Das heißt ihr habt hier quasi Simple IC bzw. Maus Control eingebaut. So könnt ihr das machen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ansonsten wie gesagt, texturtechnisch von außen ist ein simples Fahrzeug. Ist jetzt nicht großartig. Dass man jetzt sagen kann, mega krasse Textur. Aber schlecht ist es auch nicht. Es passt einfach zu dem Fahrzeug wie bei der Brau. Inneren Sicht. Ihr seht natürlich sehr spartanisch. Aber wenn es natürlich ein Oldtimer ist. Die beiden amerikanischen. Die waren ja früher wirklich so ein bisschen Belüftung. Ein kleines Radio. Ein paar Sachen zum Einstellen. Und das war es. Temperaturenzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Öldruck oder Tankanzeige. Mehr gibt es hier in diesem Licht zu sehen. Nach hinten könnt ihr reingucken. Da seht ihr zum Beispiel Milchfässer. Die sind aber nur zu dekorativen Zwecken. Sehen wir gleich, wie wir das hier konfigurieren. Ja. Beleuchtung. Ihr seht aber schon. Abblendlicht vorne. Scheint also Fernlicht. Innenbeleuchtung aus. So Blinker. Seht ihr funktionieren auch. Warnblinkanlage funktioniert auch. Und jetzt kommen wir mit Bremsbeleuchtung. Funktioniert auch. Rückfahrtscheinbarater auch. Und ja. Alles und alles vorhanden. Und wie gesagt. Ihr könnt das Ganze dann hier auch dann abgeben. Das ist ein bisschen hops. Finde ich ein bisschen schade. Das ist ein bisschen doof. Aber na gut. Geht nicht anders. Anscheinend. So. Jetzt machen wir mal kurz hier drunter. Damit ihr seht, dass die Platten auch kompatibel sind. Zeig da drunter. Und schon habt ihr quasi eine Pitsche, die ihr nutzen könnt. Für Palettenballen oder 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 oder. Im Shop finden wir das Ganze unter DLCs und Mods. Da haben wir diesen Lizard Pickup Rural. Das Standardfahrzeug kostet 28.590 PS und 81 kmh schnell. Ihr könnt so ein paar Reifen, also zwei Reifen, könnt ihr ändern. Hier nochmal auf Standard gehen. Auch drei Standards viel mehr. Die Hauptfarbe könnt ihr in den, ja nicht ganz Alice, aber in vielen Alice Farben könnt ihr es ändern. Die Stoßstangenfarbe könnt ihr auch ändern. Da könnt ihr euch quasi ganz wild durchkämpfen. Und die Felgenfarbe ist ja klar, was es ist. Wenn ihr das tut. Kommen in dem Fall nochmal 850 dazu. Sprich für 29.350 Euro. Das sind die beiden Aufsätze. Und die Metallkarosserie könnt ihr als Ballenwagen. Kapazität mit 8000 Liter, mit 950, mit 500 Liter oder als Ballenwagen. Und ihr könnt sagen, Dach drauf, ja oder nein. Dann könnt ihr quasi zuladen. So. Auch hier könnt ihr die Farbe halt ändern, um es dem Fahrzeug, wie ihr es vorab kommt, anzupassen. Hier haben wir noch Holzkarosserie. Könnt ihr auch als Ballenwagen oder Transport von Viehen nehmen. Hier könnt ihr noch die Seitenstreifen, schwarz, weiß und könnt ihr quasi noch die Farben anbringen. Standardboden oder Holzboden macht natürlich beim Tier vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und auch hier könnt ihr die Karosseriefarbe quasi anpassen, so wie ihr euer Fahrzeug konfiguriert habt. Ja und, ach warte, vorhin mal kurz gucken. Hier könnt ihr mit den Tee transporten, irgendwo steht leider keine, also da unten steht es. Könnt 2 Rinder, 6 Schweine, 6 Schafe oder 2 Pferde sogar transportieren. Weil 6 Schweine finde ich schon hart, muss ich sagen. Ja und hier könnt ihr erwähnt zwischen 5.000 und 8.000 Liter Volumen und das Auto. So die Preise, ne. Hier seht ihr 3500, je nachdem ob und wie es verkonfiguriert ist. Und hier sind es 3900, je nachdem wie es konfiguriert. Also sprich, 1 Roundabout um die 40.000, habt ihr quasi einen, ja, also ein Fahrzeug, was sehr individuell ist und mit dem ihr halt viele Aufgaben auf dem Hof lösen könntet. Natürlich eher für kleine Höfe. Wenn ihr jetzt einen großen Mastbetrieb habt, macht es natürlich wenig Sinn. Ist ja klar. Ja und mehr kann ich euch dazu auch gar nicht sagen. Außer dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne in die Kommentare. Aktiviert euch um keinen weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne tschüss und tschau bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Nordbox. Ciao. Ciao. Ciao.